Stell dich ein mit Jörg, die fleischgewordene Stellenanzeige. Heute aus dem Westküstenklinikum in Heide. Da geht's rein! Entbindung! Am schönsten Tag des Lebens dieser Familie einfach dabei sein zu dürfen, das ist schon verrückt. Man weiß eigentlich nie, was so kommt. Also du kommst zum Dienst und musst erstmal für alles bereit sein. Die Arbeitsbedingungen sind ja sehr gut. Es ist ja hier ein ganz modern ausgestattetes Klinikum. Und weißt du, was mich richtig annervt? Na? Auch das Frühchen hat mehr Haare als ich.